Nananananananananananananana Knieche Hallo ihr Lieben! Wir sind auf dem Weg zum Videodate 2013 hier in Köln! Was ist der Videodate, Tori? Der Videodate ist ein Treffen von YouTubern und, beziehungsweise eine extra-Veranstaltung dafür, das für die YouTuberen, die man gerne schaut treffen kann Köln…Köln…Oh mein Gott… wir sind in Köln! Was? Das ist die Schlange? Das ist jetzt echt... Wir müssen uns nicht jetzt hinten anstellen, oder? Da. Aber ihr steht doch jetzt hier. Habt ihr mal Platz verlassen? Alle Eltern stehen da. So macht man das. Da vorne kontrollieren nur zwei Leute die Tasche und deswegen dauert das so lange. Ich habe gerade vorgeschlagen, stille Post zu spielen. Oh verdammt. Ein Meer von Leuten. Lauter Herrscher. Ey, ich habe auch einen Tore gefunden. Hi Leute! Hallo! Wie geht's dir? Ja, jetzt geht's mir gut. Jetzt habe ich euch hier gefunden. Weniger stehen! Ich weiß es! Hey! Es ist so ein Schlüssel. Hallo! 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 Ich bin hier! Jester! Wir haben uns ja schon als Jester gesehen. Ja! Aber wir dürfen ja nichts mit reinnehmen, ne? Auf einmal kriege ich alles hier angeboten. Sogar Coca-Cola zufüßen. Und äh... Das ist meine Idee das so zu trinken. Warum geht denn das auf einmal so schnell hier? Ich glaube, wir haben verzichtet auf Taschenkontrollen. Wir lassen jetzt einfach Leute rein. Ohne Bändchen. Ja. Das ist doch total bescheuert. Mit Messern und Maschinengewehren. Endlich sind wir drin! Nein! Es gibt Taschen! Das ist die Taschenkontrolle hier. Eine YouTube Tasche? Das Original-Banner ist da, was beim Summer Camp nicht da war. Jetzt wird es hierfür verwendet. Das ist die Taschenkontrolle. Asphalt! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Meine Leute, ich muss erstmal kurz Hallo sagen. Hey! Ich habe es geschafft! Glückwunsch! Ich bin endlich! Ich habe es zu sehen! Was für eine Phase! Hallo! 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 Schauen Sie mich da! Es ist Kniegezwirrln angesagt. Oh, das ist dein Stück. Ich dachte, man kann eine Stifte klauen gleich. So, bitte schön. Danke! Dein Stück war's. Das stimmt. Alter, wir sind hier in Hogwarts. In Hogwarts. Woher stehen Leute? Woher stehen Leute? Woher stehen Leute? Wo sind wir denn die ganzen Umhänge und Zauberstäbe? Ähm, habe ich im Arsch. Die Umhänge? Ne, die Zauberstäbe natürlich. Menschen, überall Menschen und andere Sachen. Warte! Warte! Ach klar doch! Warte! Aber ich soll ja nix Cookie! Ich hab den extra gebacken. Nee! Ja! Aber da steht doch nix Cookie! Ja eben! Deswegen muss ich sie ja weggeben! Die sind frisch gebacken! Wie, willst du komplett mir geben? Ja, klar! Komplett? Danke! Ich hab Cookies gekriegt hier! Geil, wa? Oh, YouTube! Was denn? Hallo! Ein Autogramm! In mehreren Farben! Hier, die Herrschalen machen hier die Abspannung! So gehört sich das! Für echte Herrscher, die Stehnswiegern! Wer kommt denn hier von ganz weit her? Hier! Paderborn! Paderborn? Hassel! Kiel! Das stimmt! Und dann kommt man extra nach Pinneberg zum Theater gucken? Nicht schlecht! Nicht schlecht! Die kennen mich nämlich nicht von YouTube, sondern von der Bühne hier! Sie müssen jetzt reisen wir noch weiter! Ja, geil, wa? Wo kommt ihr denn her? Von der Nordsee! Von der Nordsee! Hey! Von der Nordsee! Woher da? Direkt Norden! Wie, das heißt auch Norden? Ja, das heißt Norden! Das heißt Norden? Ja, es gibt Städte Norden Süden! Und das liegt im Norden? Fassel! Fassel! Ich bin aus Düsseldorf! Düsseldorf! Stuttgart! Stuttgart! Oh, Stuttgart! Hallo! Hallo! Was ist das denn? Du hast ein Autogramm von mir gemacht! Das finde ich nett, wenn die Leute das selbst öffnen! Genau ein Autogramm? Österreich! Österreich! Oh! Dänische Grenze! Dänische Grenze! Das ist ja klar! Ja, du kriegst auch ein Autogramm! Moment! Dann muss ich die Kamera wieder aus! Wo kommt die hier her? Schwerte! Schwerte! Wo ist das denn? Ja! Das ist ja geil! Ich habe Erfahrungen mit Schwerte! So! Ja! Wo hast du ihn nicht sieht denn hier? Hör auf! Sonst sagen immer alle, ich sehe aus wie Gronkh! Jetzt sagen sie, ich sehe aus wie der Doktessa! Jetzt sagt der, ne wie Gronkh! Ja, aber Doktessa! Ich habe gehört, die sind richtig geil! Ja! Boah! Die sind echt richtig geil! Danke nochmal! Mmh! Danke an die Unbekannte, die mir die geschenkt hat! Danke! Das ist wirklich so lecker! Oh, hier kann man melken! Hier kann man melken! Tori! Der Kassel! Fast meine alte Heimat! Und du? Mondorf! Mondorf! Ich habe Ponyhof verstanden! Wo ist das? Das ist kein Ponyhof! Wo ist das? In der Nähe von Bonn! Brandenburg! Ziemlich weit weg! Brandenburg! Ich komme auch ziemlich weit weg! Das Part! Hallo! Wo kommt ihr her? Aschaffenburg! Aschaffenburg! Was? Das ist so hoch! Oh mein Gott! Was? Die lügen wie getrockiert! Das gibt's doch gar nicht! Hey! 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 Woher bist du? Ich bin der Dastien! Der was? Der Dastien! Der Dastien! Wo kommst du her? Aus Frankfurt-Oder. Und du so? Ja! Wo kommst du her? Bei Bielefeld! Aha! Da habe ich mir ein Bier bestellt! Das ist jetzt ein Mastergem sucht! Mastergem sucht? Ich habe ihn gerade geoutet! Michael ist hier? Ja! Wo ist er denn? Wir haben jetzt provisorisch da vorne einen Stand aufgebaut für ihn! Kniechel! Hier! Der Mniechen! Der Mastergem! So! So munter macht der Videoday hier! Wenn du schon eine Fox machen! Nicht der Kuschel! Haha! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! So! Ich möchte nochmal klarstellen! Weil Max sich einmal versprochen hat und Kniechel kuscheln gesagt hat! Äh! Sagen jetzt alle Kniechel knuscheln! Kuscheln! Knuscheln! Ist ja noch krasser! Nein! Es heißt Kniechel knuddeln! Knuscheln! Das ist wie gruscheln eigentlich, ne? Knuck knuscheln! Ich hab ein neues Wort! Wir machen Kniechel knuscheln! Sag ich auch! Nee! Nee! Okay! Nein! Nein! Wir bleiben bei Kniechel knuddeln! Ich will geknuddelt werden und nicht gekuschelt! Du spann den Bauch an! Du auch! Und dann nur, dass sich alle vor Ihnen knieren! Ich hab bitte nicht gekriegt! Wo ist denn jetzt hier los? Jetzt, oder? Viel Spaß noch, ne? Ja! Ich kann ja auch eigentlich stehen, ne? Sehr männlich und lass mich schon! Ja! Danke! Hab ich gern für die Nachricht das gehabt! Aber man hat das Gefühl, dann hat man doch gesehen! Nein! Aber nicht so wie wir es gesehen haben! Glaub mir! Glaub mir! Es war nicht ganz so anders! Danke! Aber es ist komisch, dass mich so viel auf das Duschen anspricht! Hallo! Du musst anspannen, nicht kreuzeln, Muskeln zum Grabe schreiben! Noch eins! Du bist ja clever! Du bist ja clever! Das ist wirklich schön! Dann, hallo! Wo kommst du her? Wo kommst du her? Aus Mannheim! Aus Mannheim! Nein! Sehr schön! Ich hätte einen Muffin bekommen! Oh, ich hätte einen Muffin bekommen! Aber weißt du was das Witzige ist? Ich habe vorhin Cookies bekommen! Wie hat die das denn geschafft? Oh! Aber danke! Der Gedanke zählt! Ich finde das toll! Sie hätte mir einen Muffin geschenkt! Wenn man... Und Tobi hätte auch! Das ist eine Statue von Max! Oh! Sie bewegt sich! Sie bewegt sich! Ja, grimme mich zusammen! Oh! Dollar! Dollar! Ja! Und hier wird geknottelt! Und hier wird gelächelt! Wie man sieht! Ich liebe es! Du musst immer ungefähr 10 Sekunden warten! Aber ich liebe es! Guck mal, habe ich gekriegt hier! Selbst genäht! Ich weiß nicht von wem, aber... Dein Herzchen ist besser! Was? Dein Herzchen ist besser, sagte ich! Dein Herzchen? Dein Herzchen! Habe ich noch! Habe ich aufgehoben! Das habe ich gut aufgehoben! Oh! Oh! Ja! Hallo! Wo kommt ihr her? Späfels! Späfels! Ja! Ja! Wisst ihr, wer das geschenkt hat? Ich weiß es nicht! Oh! Alter! Scheiße! Ich kann nicht mehr... Oh! Hallo! Und die Riese! Die Riese knuddelt hier! Juhu! Ah! Ja! Sexy! Ja! Wo sind die Genialen Fans? Die sind... Die habe ich noch gar nicht gefunden! Hey! Oh! 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 Wie groß bist du? Ja! Wie groß bist du? Ja! Sie auch! Oh! Gleich groß! Wie alt bist du? Nein! Ich ist kleiner! Siebzehn! Wächst du noch? Ich bin nicht mehr! Sie ist genauso groß wie ich! Ja, eins für Martin! Sie sind sehr groß! Sie sind gut! Diege knuddelt! Hast du nicht gereckt? Bad-girl! Hoi! 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 und der Hüttler! Der Hüttler! Was? Was soll ich denn? Na nicht! Ich will nicht geküsst werden, von Hoi! Hoi! Die ist mir gerade entgegen geflogen. Wo kommt das denn her? Was ist das? Reiß dich an! Schau! Reiß dich an, Vinicius! Wir kommen auf einmal Schaum her. Wo kam das her? Verschrauben! Ich habe eine Schauparty verursacht. Ich muss nur sagen, das ist das teuerste Wasser, was ich mein ganzes Leben gekauft habe. Teuerste Wasser! 4,10 Euro für einen halben Liter. Da sagt sie zu mir, ich habe auch was zu essen mit und so. Und dann gibt sie mir so Croissants und so. Und dann sagt sie, hast du was dagegen, wenn ich auch Fleisch habe? Nein, das ist ja geil. Die hat Fleisch. Ich habe Fleisch gekriegt. Ich will gleich mal nach dem Rappen, wenn du hier gerade beide Hände voll hast. Oh, das kann er echt nicht. Schmeckst du mir nichts? Schmeckst du mir nichts? Einfach mit Wasser. Wo kommt der her? Oh, wenn man das wüsste, ne? Hänne! Was hast du denn da? Lachcookies! Ja, da sind auch Lachcookies drin. Und dann lacht man oder lachen die? Nein. Man lacht, wenn man die isst. Ah, Haschkekse, ne, ist klar. Ich habe schon gefragt, ob wir aus Holland kommen, aber das bin ich. Nee, ist klar. Wenn ich da ein Essen unterschreibe, dann sind das Lachcookies. Oh, hier Lachcookies. Wenn ihr sehen würdet, wie sehr mein Herz lacht, wenn ich diese Cookies sehe. Hm, hm, hm. Es funktioniert. Ich esse und die lachen. Moment. Vielleicht haben die irgendwas hier reingemacht, was die so witzig finden, dass die Leute das essen. Was ist das Braune hier? Dass die sich deswegen todlachen. Jetzt haben wir das. Keine Ahnung, ich bin mir. Wir haben eine Nummer 7 Figur. Die hat auch eine Abaddon und Sam und Ekmitas. Kleine Jimmyfigurchen. Ich hatte das auch mal. Als ich meine feste Zahnspange hatte, da sah das ähnlich aus. Er kommt von vielen Knutschen. Wo kommt er denn her? Aus Köln. Aus Köln! Direkt aus Köln. Da seid ihr aber weiß gereist. Ja, da sind ein riesen Anreis. Aber also. Rheinland-Pfalz. Jetzt seid ihr im Gniche-Kanal. Wir wollten einfach nur Fleisch holen. Was? Ich habe eine Idee. Eine Idee. Die weiße Möglichkeit auf ihrer Brüste. Da ist mein Fleisch. Hier ist mein Fleisch. Ich habe sie gefunden. Die, die die gemacht hat. Ich habe ihn als Gruppsch genannt. Hallo Gruppsch. Ich darf auf Schuhe unterschreiben. Und du hast deine eigene Farbe? Guck mal, die Lisa ist da. Die Lisa. It's culture. Lisa verteilt Karten. Ich weiß noch nicht, was das für Karten sind, aber sie will mir eine geben. Ich nehme mir jetzt einfach eine. Das will sie mir sagen. Oh, guck mal hier. Ich habe einen Bluteilguss vom Fingernagel schneiden übrigens. Ich mache eine Aktion für krebskranke Kinder. Ehe? Und das sind die Werbedinger dafür. Da gehört eine Aktion für krebskranke Kinder hier. Jetzt kommst du auf YouTube suchen. Schreibe ich noch mal in die Videobeschreibung. So Gnichel, jetzt sehen wir mal, ob es wirklich eine gute Idee war, mir die Kamera zu geben. Ich mag es selber, ja, persönlich, Videomaterial zu finden, von dem ich vorher nichts wusste. Und darum hast du hier Videomaterial, von dem du noch nichts wusstest. Herbst aller liebtes Mamsilein, süßester Papsi-Putz. Lieber Vater. Beim Verteil in der Zimmer ging es ziemlich freuz und quer. Keine Angst, ich sorg für Nässe. Keine Angst, ich bleib gelassen. Gewöhnungsbedürftig, weich gelust, verwunderlich, unvorstellbar, unbeschreiblich und sonderbar. Grün. Da ist die Bühne. Wir sind ganz weit hin. Machen wir noch mal die Aufnahme? Wenn man Gnichel kommt, weiß ich nicht. Glaube nicht, dass er uns hier drin so leicht entdeckt. Nicht wahr, oder? Vermutlich eher, weniger. Sie, Tori, dies wird bei alles dir gehören. Alles, was das Licht berührt. Alles? Ja. Was ist mit dem Schatten im Lacko drüben? Das ist die Mediakraft, da darfst du niemals hin. Hi, das ist die Kamera von Gnichel. Das ist Niederika. Das ist Niederika. Das ist so, was machst du gerade so? Ah, ich mache schon mal. Also die Leute, die total inaktiv sind. Keine Ahnung. Wurde ich eigentlich auch total inaktiv. Aus Hamburg. Äquitats! Wurde ich eigentlich auch total inaktiv sind. 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 Was? Das ist die Technik aus der Knichel-Show hier. Max, ich bin so stolz, Equitas hat eben Relentless gesungen und ich hab da nicht hingeschifft mitten in hier. Gut gemacht. Ja, danke, danke. Danke. Es war hart, es war hart. Equitas hat Relentless gesungen und ich hab da nicht hingemacht. Ich bin stolz dafür. Tobi hat mir die Kamera geklaut. Tobi hat mir die Kamera geklaut. Oh, das geht gar nicht. Und ich wollte noch filmen, wie ich zu Relentless mitten in den kleinen Pinkeln, so wie in dem Video zu Relentless. Oh, Link kommt unten in die Beschreibung rein für den Video, da darf ich nämlich pinkeln. Da ist sie, die Übel-Titterin, die Übel-Titterin, ich wollte alles filmen. Ich hab Trinja gefilmt, ich habe Trinja gefilmt. Ich wollte filmen, wie sie das singt und ich da unten pinke. Das wollte ich unbedingt filmen. Hey, wir wussten nicht, wo du bist und ob du davon mitkommst oder... So, Tichel, jetzt sehen wir mal, ob es wirklich eine gute Idee war, mir die Kamera zu geben. Diese Menschen, vor denen man gar nicht wusste, dass sie noch kommen. Wollten wir noch gucken? Was? So, Arbeit vorbei, man sieht's hier am Norden. Ach so, jetzt Feierabend, fertig. So, Tessor. Was willst du? Nix. Schon der Scheiße. Wir machen jetzt den Wohrlof Kuschel noch. Los! Das sieht immer noch scheiße aus. Oh, ey. Was? Oswald! Ist doch voll Elan. Sag mal was. Oh! Das kannst du noch mit guter Stimme. Jetzt muss ich aber wirklich in mein Geheimlabor wieder rumkriegen. Oh, ich freue mich schon auf den, auf einen leckeren Keks oder so. Hallo, Kniechen! Hallo? W-. Ey, nein. Hallo, Naas! picmus. Na, 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 la, la, la la, la 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 la. La, la, la. La, 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 la- la, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Und seit��!! Scheiße, das geht so schnell weg. Das Baum! Heeeeeey. Heeeey! Wir Wir Unterwerf dich ab, Aradon Hüch! Hüch! Nanananananananananananananana Hüchel! Hallo, ich bin Nummer 7! Jetzt hält es auf einmal länger an, das ist ja komisch. Du hast ja nicht festgehalten. Du hast ja nicht festgehalten. Das kommt nicht zu. Ich dachte, das war eine. Und was habt ihr gemacht? Aber dann gucke ich zurück und denke, was ist denn hier los? Zombies. Ihr müsst alle ... Was habt ihr denn gemacht? Ja, das war der Video Day. Ich werde hier verfolgt von Zombies. Und es war sehr cool. Ich habe sehr, sehr viele aufregende Leute kennengelernt. Sehr viele aufregende Leute. Und es war ziemlich cool. Wie heißt dein Kanal? Warmost Productions. Auf dem Kanal müssen wir mal. Der ist auch in den Videobeschreibungen. Weil ihr könnt ja auf meinem Kanal das Bild sehen. Das hat sie gemacht hier. Guckt euch rein. Bis dann. Bis zum nächsten Video. Michel ist ein wundervoller Mensch. Rock'n'Roll. barreuer. bis zum nächsten Video. Kommo